so ich versuche ich mal die temperaturen hier einzufangen ich hoffe ihr könnt das sehen also sich jetzt hier aufhalten geht gar nicht auch wenn da ein lüfter hängt die steine sind furchtbar heiß und ich bin barfuß so also gehen wir mal jetzt im garten da ist der trambolin selbst da kann man nicht reingehen weil da verbrennt sie die die füße oder die hände und die arme weil der kunststoff darin ist furchtbar heiß so da ist meine solarheizung habe ich ja schon mal im video gezeigt der einzige ort wo man sich jetzt aufhalten kann ist hier und aufgrund dessen dass das die letzte tage so kalt war so muss ich jetzt wieder zusammensetzen so die temperatur des wassers liegt jetzt bei 25 grad und ihr seht da sind zwei sprengelanlagen reingehen kopf drunter halten und gut ist aber ich selbst kann da nicht reingehen weil das wasser ist für meine mussten muskulatur nicht gut so und jetzt zeige ich euch auch noch wie es in meiner hobby werkstatt aussieht so die tür machen wir auf gehen wir hier mal rein tür wieder zu so und wir haben hier jetzt eine temperatur drin von 35,6 grad da läuft ein lüfter der also die die mir ein bisschen die luft um um die ohren weht so und da oben hängt ein lüfter der die warme temperatur hier raus sieht so und hier sieht es aus wie chaos ich räume ja auch nicht großartig auf ich verziehe mich wieder in die kühlere wohnung die kühlere wohnung